Hot Words sind Wörter, die stark durch kulturelle Bedeutungen aufgeladen sind. Sie sind mit strittigen Sachverhalten und kultureller Identität verbunden und lassen sich deshalb selbst von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern schwer definieren. Um ein Hot Word verstehen zu können, muss deshalb zuerst die Kultur der Sprache verstanden werden. Ein typisches Beispiel für ein deutsches Hot Word ist Heimat.